Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um was anderes sozusagen mal wieder. Wir gucken uns nämlich mal wieder ein Verschlüsselungsverfahren an und zwar das Grama-Schub-Kryptosystem bzw. die erste Variante davon. Die zweite richtige schöne tolle und perfekte Variante davon werden wir uns dann nächstes Video angucken, aber wir tasten uns so ein bisschen langsamer hin. Ja, warum mache ich das erst jetzt? Naja, theoretisch wollte ich auch noch den Beweis mit euch machen. Ich habe eine Anfrage außerdem gekriegt wegen dem Grama-Schub-Kryptosystem, aber den Beweis, den spare ich mir jetzt. Der geht nämlich in die simulationsbasierte Sicherheit rein und die ist ehrlich gesagt nicht so ganz meins. Aber ja, das Kryptosystem an sich ist echt cool und wir schauen uns jetzt einfach mal hier so das Ganze an. Okay, also wir hatten, das ist jetzt erstmal hier das L-Gamal-Verschlüsselungsverfahren, da erinnert ihr euch hoffentlich noch dran, das ist ziemlich essentiell und Grama-Schub basiert da drauf. Aber wie wir wissen, ist das L-Gamal-System nicht sicher und ja, so sieht es aus. Wir haben hier einen Public Key, der wird aus einem Generator von einer Gruppe, also der Generator und die Gruppe selber, die sind öffentlich, die kennen alle, auch, die kann auch geshared werden. Also da können ruhig 100 verschiedene Leute dieselbe Gruppe und denselben Generator benutzen, ist alles kein Problem. Nur X muss sich natürlich jedes Mal ändern. Der Secret Key ist X und der Public Key ist dann eben dieser Generator hoch X Modulo innerhalb der Gruppe, logischerweise wie immer. Okay, und dann sagen wir beim Schiffrieren, wir ziehen uns einen Zufallswert R, das habe ich jetzt nicht mehr so hingeschrieben, ich habe einfach nur R hingeschrieben. R ist zufällig gezogen, gleich verteilt zufällig. Und dann sagen wir, der erste Teil vom Schiffrat ist G hoch R, der zweite Teil vom Schiffrat ist G hoch X hoch R. Also G hoch X in dem Fall haben wir ja nicht, aber wir haben es durch den Public Key, im Prinzip steht hier der Public Key hoch R, was dann wiederum zu G hoch X hoch R führt. Und dann die Nachricht einfach dran multipliziert. Die Nachricht kriegen wir dann wieder, wenn sie vernünftig gemacht wurde, durch den zweiten Teil vom Schiffrat, durch den ersten Teil teilen und den vorher aber noch mit X potenzieren. Das war das L-Germal-Verschlüsselungsverfahren. Wenn euch das jetzt viel zu schnell war, das war jetzt nur eine kurze Wiederholung, schaut euch das passende Video dazu an. In der Playlist ist dieses Video auch direkt hinter dem L-Germal-Verschlüsselungsverfahren. Habe ich mal so eingeteilt, dann passt es auch ganz gut. Okay, jetzt was ist daran unsicher? Dagegen geht ja das Grama-Schub-Kryptosystem vor. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn ich jetzt dieses Schiffrat hier empfangen würde, sagen wir mal, ich habe jetzt hier gerade, ach komm schon, selbst beim Kopieren funktioniert es nicht richtig, naja, okay. Sagen wir einfach mal, ich habe ein Schiffrat empfangen und wir wissen, dass dieses Schiffrat an einen Auktionator geht. Das heißt, ich habe irgendwie, ja weiß ich, dass der hier jetzt als Nachricht einen Auktionspreis hinschickt an irgendeinen Verkäufer und der Verkäufer wird dann logischerweise immer den Preis nehmen, der am höchsten ist. Das heißt, ich möchte leicht über diesem Schiffrat oder über diesem Auktionspreis von dieser Nachricht hier stehen, von diesem C, aber ich möchte natürlich nicht viel drüber sein. Ich möchte auch so wenig wie möglich bezahlen, aber ich will dieses Ding unbedingt haben. Ist mir eigentlich egal, was es kostet, aber ich will so wenig wie möglich dafür bezahlen. Dann mache ich es ganz einfach, ich sage, okay, ich ziehe mir selber ein Schiffrat und zwar, ich schreibe das jetzt gerade mal hier drüben hin, so, ich ziehe mir meinen eigenen Zufallswert, R' nenne ich den jetzt mal. Da muss ich natürlich hier auch R' sagen und jetzt sage ich hier, ich möchte ziemlich genau zweimal so viel zahlen, weil 1, irgendwas geht in der Gruppe normalerweise nicht. Also sage ich jetzt hier, ich möchte genau doppelt so viel zahlen wie der andere Mensch hier. Hier kann natürlich jede beliebige Zahl stehen, im Prinzip kann ich hier auch genauso viel zahlen und dann kriege ich es mit 50% Wahrscheinlichkeit oder sowas. Also auf jeden Fall, ich sage jetzt hier einfach mal, ich möchte meine Nachricht M2 da reinschleusen sozusagen. Und nachher möchte ich, dass als Ergebnis M mal M2 rauskommt. Das nennt sich Non-Malleability, wenn das nicht geht, aber es geht hier in dem Fall, das heißt, das ganze Schema hier ist malleable. Okay, gut, was mache ich jetzt hier also? Ich multipliziere die beiden einfach. Das heißt, ich bekomme hier, wenn ich die beiden jetzt hier multipliziere mal, naja, dann sage ich, ich multipliziere den ersten Teil vom Schiffrat. Das heißt, ich benutze das hier, wobei ich lasse es da mal stehen und schreibe es einfach nur hier so hin. Das mal gehört nach unten. So, also G hoch R mal G hoch R' das kann ich ja durchaus berechnen. Das ist ja einfach multiplizieren innerhalb der Gruppe, das ist ja absolut kein Problem. Okay, das zweite Schiffrat, das ich multipliziere, schreibe ich hinten dran. Also, achso, ich wollte es stehen lassen, das heißt, ich packe das hier mal so hin. Okay, so und jetzt steht hier, erstes Schiffrat mal mein erstes Schiffrat und zweites Schiffrat oder zweiter Teil vom Schiffrat, also C2 im Prinzip, mal mein zweites Schiffrat. So, jetzt schauen wir uns mal an, was hier gerade, was gerade passiert, tut mir leid. Tatsächlich in der Theorie steht hier hier am Ende dasselbe, wie wenn ich hier diese beiden Exponenten addieren würde. So, und wenn ich zwei zufällige Zahlen addiere, ist immer noch eine zufällige Zahl, das heißt, das ist völlig in Ordnung. Und ich habe hier ein Schiffrat, quasi ein neues R. Also, es fällt somit einfach nicht auf, dass ich jetzt das Schiffrat von dem quasi kloniert habe. Genau. So, und was passiert jetzt hier? Naja, hier steht mal, die kann ich ja einfach umordnen, wie es mir gerade passt. Hier steht ja einfach mal. Und Multiplikation ist ja, wie wir wissen, darf ich das durchaus machen, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Und jetzt habe ich hier wieder mal zwei Teile mit derselben Basis und kann somit auch einfach hier die Exponenten addieren. Das heißt, hier steht dann am Ende g hoch x hoch r plus r Strich. Und dann habe ich hier einfach mal m1 mal m2. Das bedeutet, ich habe hier am Ende meinen Zufallswert, der in meinem wirklichen Schiffrat, was ich irgendwo hinschicken kann, drinsteht, ist r plus r Strich. Hier habe ich genau denselben Zufallswert und das ist ja dann offensichtlich wohl geformt. Das heißt, es sieht richtig aus und meine Nachricht, die ich dann tatsächlich hinschicke, ist m, wobei m nicht mal von mir stammt, sondern von irgendjemand anders und m2 stammt von mir. Das heißt, ich habe hier sozusagen mein eigenes Schiffrat da rein injected sozusagen. Und dagegen soll das Kryptoverfahren von Kramerschub helfen. Ich lasse das hier gerade mal so stehen, damit ihr es noch im Kopf behaltet, was wir da tatsächlich verhindern wollen. Und für die Leute, die ganz, äh, ganz interessiert sind, die können sich auch gerne mal CCA1 und CCA2 Sicherheit angucken. Bei Elgamal ist nicht sicher, ob es CCA1 sicher ist. Da gibt es keine Angriffe, aber irgendwie funktionieren die Beweise auch nicht. Das heißt, es ist, man nimmt an, dass es sicher ist, aber man weiß es nicht so genau. Und, ähm, CCA2 sicher ist es offensichtlich nicht, weil man das hier machen kann und das will ich verhindern. Das, was wir uns jetzt bauen, das Kramerschub-Leitverfahren, das ist jetzt tatsächlich dann CCA1 sicher, beweisbar, aber noch nicht CCA2, das kommt noch. So, was wir jetzt hier als erstes machen, ist, wir erweitern unseren, äh, unseren Secret Key. Und zwar sagen wir, wir haben ein X und ein Y, ein A und ein B. Das ist jetzt erstmal relativ viel, aber ehrlich gesagt ist es nicht ganz so schlimm. Lieber verbrauche ich ein bisschen mehr Leistung, als dass ich dann am Ende ein unsicheres Kryptoverfahren benutze. Deswegen, ja, lieber ein bisschen mehr hier reinstecken. Okay, dann habe ich noch einen zweiten Generator. Also ich habe jetzt nicht nur, ähm, ich schreibe jetzt hier mal die Sachen hin, die allgemein bekannt sind. Ein großes G, dann habe ich einen Generator und einen Generatorstrich. Dieser Generatorstrich, das ist jetzt sozusagen ein zweiter Generator. Also er kann auch die ganze Gruppe erzeugen hier, genauso wie G selber. Aber er ist anders als G, das heißt, ich habe hier tatsächlich zwei unterschiedliche Generatoren. Im Prinzip kann man G, logischerweise kann der ja auch erzeugt werden von unserem Generator hier. Also im Prinzip kann ich Gstrich auch schreiben als G hoch irgendeine Zahl, keine Ahnung, nennen wir es einfach mal E für Edge oder sowas. Also im Prinzip kann ich mein Gstrich auch als mein normales G hoch irgendeine Zahl schreiben. Das ist alles kein Problem. Okay, so mein Public Key besteht jetzt hier nicht mehr einfach nur aus G hoch X, sondern auch aus zwei Teilen, aber nur aus zwei Teilen, nicht aus 4, so wie der Secret Key. Und zwar G hoch X, ganz normal, aber multipliziert, Achtung, das ist nicht im Exponenten, was ich hier schreibe, sondern das ist ganz normal unten, mal G hoch Y. So, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist G hoch A mal G hoch B. Und das soll auch nicht oben stehen. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier zwei Teile meiner Exponenten und keinen Teil von dem Secret Key steht jetzt hier tatsächlich einfach nur so drin. Hier steht im Prinzip G hoch X plus Y und hier G hoch A plus B, wenn ihr das mal so überlegt. Das ist jetzt schon ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Das ist ziemlich cool eigentlich. Okay, was ich jetzt hier mache in meinem Schiffrat, ich ziehe mir erstens mal wieder so einen Zufallswert R hier, wie bei dem normalen L-Germal-Verfahren auch. Dann muss ich aber nicht nur hier, ah, hier, sorry, Achtung. Das muss G, oh ja, ja, das ist nicht ganz so unwichtig, sorry, das habe ich gerade irgendwie verratzt. Das muss, wir hatten es G' genannt, das muss G' sein. G hoch X mal G' hoch Y und G hoch A mal G' hoch B. Sorry, das war gerade mein Fehler. Genau, und jetzt haben wir hier G hoch R und wir brauchen noch den zweiten Generator hoch R, den brauchen wir nachher zum Entschlüsseln wieder. Das soll bitte nicht in den Exponenten, nämlich G' hoch R. Und das auch nicht in den Exponenten, sei nicht so intelligent. Okay, G hoch R und G' hoch R, damit ich auch nachher beide Exponenten wirklich hoch R habe. Wie gesagt, brauchen wir zum Entschlüsseln, werden wir gleich sehen. Okay, und was ich jetzt hier mache, ist hier nicht mehr G hoch X hoch R, sondern ich werde das hier jetzt einfach mal als Public Key 1 bezeichnen. Und das als Public Key 2 ist ja im Prinzip ein Tupel. Das ist der erste Teil des Tupels PK1 und das ist der zweite Teil des Tupels PK2. So, was ich jetzt hier mache mit meiner Nachricht ist, ich multipliziere sie an PK1 und das PK1 hoch R mache ich. Das heißt, ich mache im Prinzip dasselbe wieder. Ich hatte ja vorher auch, in dem ganz normalen Verfahren hatte ich G hoch X hoch R, also im Prinzip den Public Key hoch R und die Nachricht dran multipliziert. Das mache ich jetzt hier genauso wieder, das hat sich im Prinzip nicht geändert. Was ich jetzt hier hinten dran aber noch hängen ist PK2 hoch R. Und das ist der neue Aspekt hier drin bei Grammerschub. Wir werden hier jetzt einfach noch einen zweiten Teil, nämlich diesen Teil hier hoch R machen und dann verifizieren wir, ob das hier erstmal stimmt. Das hat so ein bisschen was von der Signatur, falls ihr schon soweit geguckt habt. Ja, wir gucken uns hier erstmal an, stimmt das? Falls ja, entschlüssel, falls nein, schmeiß es gleich weg. Das heißt, wir müssen einfach im Prinzip mehr fälschen sozusagen. Und ja, das wird dann auch für den Beweis gebraucht. Wie gesagt, das hier ist noch nicht wirklich das, was wir wollen. Wir werden sehen, dass der Angriff hier immer noch funktioniert. Oder, ne, halt stoppen, werden wir nicht sehen. Werde ich euch nicht vorführen. Und ihr wisst jetzt, wie der Angriff hier auf LKMI funktioniert hat. Macht den doch einfach mal genauso als Übung auf dieses Grammerschub-Kryptosystem. Und sozusagen als Übung. Das ist eine super Übung, kann man wirklich gut selber machen. Funktioniert auch ziemlich genau gleich. So, jetzt aber zur Entschlüsselung. Und zwar, ich habe hier vier Aspekte in meinem Schiffrat drin. Nämlich, das ist C1 hier vorne, G hoch R. G Strich hoch R ist C2. Das hier ist C3. Und das ist C4. So, und wie kriege ich jetzt meine Nachricht wieder raus? Naja, erstmal muss ich was überprüfen. Und zwar, wie gesagt, ich überprüfe, ob C4, also der hintere Teil des Public Keys, äh, nicht des Public Keys, des Schiffrats, der hier, ob der auch wirklich okay ist. Also, ich sage, ist denn C4 gleich C1? C1 ist G hoch R. Und wenn ich jetzt G hoch R habe, naja, gut. Ähm, wir werden gleich sehen, was da genau passiert. C1 hoch X mal, äh, nicht hoch X, mal, äh, hoch A mal C2 hoch B. So, was genau ist denn das hier? Naja, C1 hoch A mal C2 hoch B. Das ist ja genau dasselbe, wie wenn ich schreiben würde, ich kopiere das mal, weil ich gerade tippfaul bin. Ähm, G hoch R mal, und das Ganze hier noch hoch, ups, hoch A. Und das hier hoch B. Also, G hoch R, das ist ja das, was in C1 drinsteht, hoch A, mal G Strich hoch R, das ist C2 hoch B. Okay, so, und jetzt kann ich hier sagen, okay, ähm, das Ganze, ähm, das Ganze hoch R hier lässt sich ausklammern. Also, das heißt, ich kann hier mein R rausschmeißen, ups, und hab hier hinten dran im Prinzip das R stehen. Das heißt, hier steht jetzt G hoch A mal G Strich hoch B hoch R. Aber merkt ihr was? G A mal G Strich hoch B, das ist ja im Prinzip mein Public Key 2. Und hoch R, das ist das, was wir hier hinten gemacht haben. Das heißt, diese Gleichung hier überprüft einfach, ob dieser Public Key 2 auch das richtige R hat, und ob es auch die richtigen, ähm, den richtigen Public Key benutzt, sozusagen. Okay, also das ist meine Überprüfungsgleichung hier. Wenn die gleich sind, dann entschlüsseln wir. Und dann sagen wir einfach, wir wollen M definieren, ups, wir wollen M definieren als das Schiffrat 3 geteilt durch, so, und jetzt machen wir im Prinzip dasselbe, was wir hier oben auch gemacht haben, wieder, warum steht hier ein Doppelpunkt? Ähm, das, was wir hier gemacht haben, machen wir wieder, nur, dass wir es jetzt nicht mit A machen, sondern mit X und Y. Und im Prinzip, die Gleichung könnt ihr mal selber verifizieren, im Prinzip steht hier genau dasselbe, PK1, also ich klammer wieder R aus, sozusagen, hab dann PK1 hoch R, da stehen, mal M, und da ich ja hier, das hier, durch PK1 hoch R teile, bleibt M übrig und M ist die Nachricht. Das heißt, das entschlüsselt mir auch tatsächlich. So, das ist das Grama-Schub-Lite-System. Für das richtige Grama-Schub-System, ähm, werden wir noch ein bisschen mehr brauchen, sogar noch einen größeren Secret-Key werden wir brauchen. Und das zeige ich euch dann nächstes Mal. Das hier ist jetzt tatsächlich in CCA1 sicher, allerdings funktioniert der Angriff immer noch. Wie gesagt, das ist eure Übung, das sollt ihr mal machen. Und ja, nächstes Mal geht es genau an der Stelle weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ciao!